Moin! Die außerordentliche Mitgliederversammlung und was sie bewirken kann. Gerade in Zeiten wie diesen denken viele darüber nach, genau eine solche außerordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. Warum? Da zeige ich euch am besten mit der Hilfe von Schalke Inside, dem guten Maddin. Der hat das sehr, sehr gut erklärt und da hören wir mal rein. Und einer, der vielleicht genau für diese Zuständigkeiten bald den Daumen heben oder senken muss, ist Oliver Runert. Denn Schalke arbeitet tatsächlich an einer Rückholaktion von unserem ehemaligen Direktor Knappenschmiede. Aber mal ganz kurz von Beginn an dieser sehr interessanten Bildgeschichte. Denn es ist wohl aktuell von einigen Fans oder Mitgliedern... Ja, 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 Bild. Aber sie sind nun mal gut informiert. Das Ziel, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, das müssen 10% unserer rund 178.000 Mitglieder beantragen. 17.600 Stimmen. 17.800 Anträge bräuchten wir. Per E-Mail. Würde reichen, da gehe ich aber gleich drauf ein. Um dann eben auch unter anderem den aktuellen Aufsichtsrat abzulösen. Das ist der grundsätzliche Plan. Und dann ist eben natürlich auch damit einhergehend die große Frage, wer wird unser neuer Sportboss? Und das soll laut der Bild-Zeitung Oliver Runert sein. Denn es gibt wohl diesen spektakulären Plan, Unions-Manager tatsächlich zurückzuholen. Er hat es ja geschafft, Union Berlin von der zweiten Bundesliga in die Champions League zu führen. Und auch wenn es dort jetzt mit dem Saisonstart nicht ganz so gut gelaufen ist, sind wir uns sicherlich alle einig, dass Oliver Runert dort wirklich tolle Arbeit leistet. Und ja, würde ich auch sagen. Ja, wie gesagt, um das alles möglich zu machen, auch dass Horst Held eventuell jetzt übernehmen könnte und so weiter und so fort, wenn er denn will und wenn Runert will, der könnte im Sommer weg von Union Berlin. Und wie gesagt, um das alles möglich zu machen, bräuchte es oder bedarf es einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dazu steht in der Satzung, das blende ich hier mal ein, ich habe das alles ja vorbereitet, einigermaßen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung, eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Aufsichtsrat einberufen werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens 10% der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins dies schriftlich mit Angabe des Grundes in ein und derselben Sache beantragen. Am besten als E-Mail. Die E-Mail-Adresse seht ihr da, mitglied.schalke04.de Und Betreff wäre auch gut, wenn es immer derselbe wäre, Ablösung des aktuellen Aufsichtsrates. Vielleicht gibt es sowas auch schon, so einen Aufruf, weiß ich aber nicht. Ich habe keinen gefunden. Dann geht es, das kann man, dann könnt ihr ja auf Pause machen und euch gerne durchlesen. Jedenfalls so funktioniert das. Dann könnte man das machen. Mitglied werden. Easy peasy. Habe ich das auch irgendwo. Den Link tue ich euch definitiv unten rein, aber schwer zu finden ist das auch nicht. Ich habe hier mal die Beitragssätze. Also im Jahresbeitrag Fußball, ja Mitgliedschaft passiv, also ihr spielt nicht selber. Sieben bis siebzehn Jahre ist der Jahresbeitrag zwölf Euro. Achtzehn bis neunundzwanzig Jahre 25 Euro. 30 bis 60 Jahre 50 Euro. Ab 61 Jahre 35 Euro. Familienmitgliedschaft 75 Euro. Da könnte man dann für, also wenn ihr, Schnäppchen. Oder lebenslange Mitgliedschaft 1904 Euro. 1904 Euro, ist klar. Wenn ihr Mitglied werdet, dann bekommt ihr, Stimmrecht natürlich, ihr bekommt ein schönes Paket. In diesem Paket, ich mache es mal auf. Ich bin kein Profi in Unpacking-Videos. Alter, da hätte ich aber mal üben sollen. Ist dann ein schönes Schreiben. Und euer Mitgliedsausweis. Mit der Mitgliedsnummer. Und ja, dieses Paket, man kann dann, ich halte mal die Adresse zu, kann man auch schön in den Schrank stellen. Noch dazu ist jetzt bei mir drin gewesen, ein Pin, fürs Revers oder so. Ein Aufkleber, Mitglied für die Karre. Und ein Schal, FC Schalke 04, Mitglied. Gut, also wenn ihr gerne mitmachen möchtet, stimmberechtigt sein wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine schöne Sache. Man hilft dem Verein. Und ich denke mal, die meisten, naja, entweder 18 bis 29 Jahre, 25 Euro im Jahr, sollte man eigentlich schon übrig haben. Und zwischen 30 und 60 Jahre, die Leute zahlen halt ein Fuffi. Also ich hoffe, ich wünsche es euch, dass ihr sie übrig habt im Jahr. Ich wünsche es euch. Und da kann man dann ordentlich mithelfen. Man könnte dann an, da, Mitgliedschalke04.de, unter Angabe eurer Mitgliedsnummer natürlich, nicht vergessen, eventuell einfügen in den Betreff, Mitgliedsnummer. Damit die das auch wissen, dass das unabhängig voneinander irgendwie geschickte E-Mails sind. Ist klar. Ich vergesse es aber auch immer wieder. So, weiter. Weiter. betrefft Ablösung des aktuellen Aufsichtsrates. Wie gesagt, wir brauchen 10% der aktuellen Mitglieder. Ja, also im Augenblick 17.600. 17.800 E-Mails, die dann dort eingehen. Dann muss sich der Aufsichtsrat damit beschäftigen und muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Na, das wollte ich loswerden. Das und mehr nicht. Insgesamt sehr traurig, was da abgeht. Aber Leute, ganz ehrlich, liebe Schalkerinnen und Schalker, es ist Zeit, dass endlich, endlich wir uns wieder auf Fußball konzentrieren können. Das ist ungefähr so wie im Bundestag gerade. Jeder kackt den anderen an und raus dabei kommt gar nichts. Und genauso kommt mir das irgendwie so ein bisschen vor bei Schalke gerade. Die eine Gruppe kämpft gegen die andere Gruppe. Dann gibt es die einen oder anderen, die sagen, es gibt gar keine Gruppen. Dann läuft dies falsch, es läuft das falsch. Wir holen uns immer irgendwelche komischen Trainer, von denen vorher niemals jemand gehört hat. Wir holen uns einen Messi aus Südkorea und wir holen den Ronaldo aus Paderborn. Was weiß ich. Und nichts funktioniert. Ich glaube, so ein bisschen fühlen sich sehr viele Leute einfach verarscht. Und wir brauchen eine gute, solide, fachmännische oder frauische Führung, auf die wir uns verlassen können. Und meiner Meinung nach ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung da der erste Weg, um den Weg freizumachen für Menschen, die von dem, was sie tun, auch was verstehen. Gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr das hier seht. Oder einen schönen Abend. Oder wie auch immer. Und wir sehen uns spätestens zum Spiel. Viertelstunde vorher gehe ich live. Eventuell schon ein bisschen früher. Und dann schauen wir mal weiter. Mitglied at schalke04.de. Werdet Mitglied. Und wenn ihr Mitglied seid, schreibt mit dem Betreff Ablösung des aktuellen Aufsichtsrates unter Angabe eurer Mitgliedsnummer. Ganz wichtig. An unseren Herzensklub. Und dann schauen wir mal, was passiert. Sollte es schon diesbezüglich andere Aufrufe oder so geben, bitte lasst es mich wissen in den Kommentaren. Dann kann ich da mich vielleicht anschließen oder so. Ich bin ja nur ein kleiner Kanal. Aber trotzdem, jedes bisschen hilft. Danke auch an Maddin für seinen guten Bericht. Schalke Inside. Den Link tue ich natürlich auch unten in die Beschreibung. Ich danke euch. Und Glück auf. Tschüss. 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 Vielen Dank.